Hallo und Herzlich Willkommen bei Neumlettsplay hier auf dem Channel. Das nennt sie CREATIVERSE. Ähm genau, nach langer, wirklich langer Zeit, ähm, wirklich langer Zeit, ähm, das ist perfekt geil. Genau, nach wirklich langer Zeit habe ich es nicht mal gemacht, um die CREATIVERSE aufzunehmen. Und, ähm, ja, ähm, ich, ich, das ist so. Genau, das ist ein Mix aus, man kann sagen, das ist Beinkauf für Erwachsene, so. Ähm, genau, Beinkauf für Erwachsene, ähm, ja, wie man die Bessere haben, wie man die Art von Steinheim, äh, den Sand. Ah, das ist ein CREATIVERSE. Genau, für die, die es noch nicht wissen, die Tiere, die wir dazu tönen können, ähm, wuchen können, werden bei Nacht anders zu und greifen uns an. Wenn wir sie schlagen, zum Beispiel, mit einem Schwert schlagen oder so, dann greifen sie uns logischerweise auch an. Äh, 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 okay. Einfach nur damit wir ein bisschen Glas haben, wenn wir da, wenn wir da, wenn wir schmelzen und dann noch ein bisschen Glas. Äh, Alter. Ja, die Frage ist, warum wird sie doch schon tatsächlich? So, wir werden wahrscheinlich auch. So. Okay. So? So, wir müssen uns blockieren, wenn wir da. So. So. So, so. So, so. Okay, rechts. Musik Also dann Das ist doch leise, ne? Video, na klar Setieren So So Ich denke, das dürfte in Ordnung sein, ist... Ja Hm Alter Ein theoretisch könnten wir Da hinten muss irgendwo eine Werkbank sein Auch wenn einfach gerade mal hier in die Richtung Von da oben ist diese Anzeige Da ist dieses... Das sieht einfach so mega geil aus So So Ich bin im... Was für Modus bin ich? Ich habe keine Ahnung Ähm... Ich komme jetzt aus dem Modus da bitte wieder raus Ich habe... Ich habe... Keine Ahnung Hä? Wie bin ich denn? Ah, ok Toll, hab ich den Chat aktiviert Das Untertitel Chat Ich bin da jetzt chatten Na also, das ist doch So So Wo ist... Wo wirst du hier sein? Hier hat es auch nicht eine Location, ehrlich gesagt Aber... Naja Alter Alter Leckt mich doch ab So Was war das denn jetzt? Keine Ahnung was das war, aber... Da... Da... Da bist du mein... So was können wir denn jetzt hier machen? Hm Da sitzt ein Territisch Ok Das ist was wir brauchen jetzt... ... gerade mal so was hier... ... ... ... ... ... ... Das ist was wir brauchen, ganz sicherlich bin ich noch nicht. Wir werden sehen. Da, da haben wir es doch. Ich hoffe, dass das ist was wir brauchen. Hier war das jetzt irgendwo noch Knochen. Hier. Scheiße, da zu brauchen wir haben bestimmt das. Da stimmt ein Handschuh. Scheiße, super. Hey! Okay. Hunted. Können wir denn jetzt hier mit diesem... Ah, okay. Gras. Können wir eigentlich unsere Dinge ansorgen? Ich bin mir nicht so sicher. Ach, das haut ab. Ah, okay. Kommt ein bisschen glatt, aber... Nein, 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 doch nicht. Alter, hoch. Nein, falsche Taste. Alter, hoch. Ich weiß nicht, jetzt können wir uns doch tatsächlich systemischer quacken. Ich weiß nicht, jetzt kann ich mal mal die App. Nein. Nein. Na, scheiße. Oder wir machen es einfach so, wir müssen das gar nicht verhalten. Und wir bauen uns einfach hier die Base. Können wir halt richtig machen, dass wir uns einfach hier die Base bauen. So, einfach hier mal, ne? Just for fun, so. So. Ähm. Hier füllen wir dann alles aus. So. So, so, so. Und dann irgendwann, wenn wir dann... Doch, wenn wir es dann finden, dann können wir uns ja... Das restliche Zeug alles craften. So. 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 Und ... So. So. Noch vier Stück. Nein, ich glaube, das reicht. Ich mache das gerade hier so, ne? Alter Buch! Wobei ich auch nicht glaube, dass es wirklich alles so gut ist, hier umzubauen. Aber naja, was mit 10? Toll, wie kriegen wir jetzt das? Was ist das denn? Das ist ja alles hier bitteres. Was ist das denn? Das ist schon die Schmaße. Ich will Erde. Genau, dann machen wir uns hier, aus diesen Dingern machen wir uns einfach, ja wie soll ich sagen, einen kleinen Teppich, was wir dann einfach da drin einfach mal vier Stück platzieren oder so, oder sechs, keine Ahnung, und dann daraus einfach einen Teppich machen. Wie immer möglich wäre es auf jeden Fall. Das ist Creativerse. So.